Ja, ja, schon klar, kein Badebetrieb am Steißlinger See, bei dieser Kälte. Und jetzt irgendwie auch Wärme zugleich. Die Seenäbel wallen und an diesem Sonntagmorgen kommt man dann ganz leicht ins Staunen und Schwärmen. Zwei Tage zuvor hatte es geschneit und in der Nacht darauf wurde es dann bitterkalt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020